Kinder wissen so was, die können das nicht einschätzen. Es können nur die Leute einschätzen, die es miterleben. Die wissen, wie es einem geht, wenn man so was macht. In Grundschule schließt man einen von ein paar Spielen aus oder so was. Aber das ist dann für ein kleines Kind schon eher schlimm. So älter man wird, umso härter werden auch die Beleidigungen. Und ... Es war halt dann auch von allen Seiten jedes Mal. Das Schlimmste war auch, dass ein paar Mädels aus meiner Klasse immer so getan haben, als wären wir befreundet. Und dann im Endeffekt aber hinterrücks dann irgendwas gelabert haben oder irgendwelche Späße gemacht haben, die sie halt witzig fanden, ich aber nicht. Warum Leute einen Mobben aufziehen? Zum Beispiel, wenn du selber Angst hast, selber gemobbt zu werden, dann fängst du erst an, jemand anderen zu mobben, anstatt, dass dich dann wärmobbt, weil die Leute da dann eher mitmachen. Und dann hast du schon gleich deine Freunde. Dann hast du gleich welche an deiner Seite. Dass jetzt richtige Freunde sind, ist jetzt mal dargestellt, aber auf jeden Fall wirst du nicht gemobbt. Das kann zum Beispiel ein Grund sein. Oder man muss Stress verarbeiten, wenn es zu Hause mit den Eltern oder mit den Geschwistern oder irgendwie sowas nicht klappt. Dann muss man den Stress auch irgendwo rauslassen. Und das sind dann halt die Schüler, die angreifbar sind. Und umso verletzlicher du bist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eben in der Schule angegriffen wirst. Die Leute, die das jetzt vielleicht auch sehen, anschauen, von irgendwem geschickt bekommen, ganz ehrlich, die sollen einfach aufhören mit so einem Mist eigentlich, weil sie wissen nicht, was sie mit der Person anstellen. Und es kann sein, dass die Person da einfach stärker rauskommt, als sie davor war. Es kann sein, dass sie daraus lernt. Ich hab daraus gelernt. Ich hab daraus gelernt, dass ich niemandem vertrauen kann, außer den Leuten, die in solchen Sachen einfach auch meiner Meinung sind, mit dem ganzen Mobbing, dass man sowas einfach nicht macht, dass man sowas nicht machen sollte. Ich hab daraus gelernt, dass man sowas nicht machen kann,